Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem der letzten Postparts dieser Art, denn auch ihr habt gesagt, man, langsam reicht's mit dem ganzen geisteskranken unlustigen Mistgespame, ne, es ist einfach in der Regel nur noch Cringe und Zeitverschwendung, insofern werden wir das demnächst so machen, wie ihr das teilweise in den Kommentaren vorgeschlagen habt, und zwar, dass ich das vorher ein bisschen aussortiere, beziehungsweise so Best-of-Briefe und schöne Sachen und Fragen dann quasi nachträglich in den Part mit reinnehme, denn sonst haben wir irgendwann einfach extrem komische Parts, die dann so zwei, drei Leute eventuell feiern, weil sie halt im Video sind und, ja, der Rest inklusive mir ist dann einfach nur noch da und kotzt und dann haben wir mehr Postparts als eigentlich normale Gameplayparts, deswegen diese Entscheidung jetzt von mir, Never the Less freue ich mich nach wie vor natürlich auf eure Post, aber eben künftig mit dieser Einschränkung, um dem ganzen Verfall sämtlicher Werte der Welt so ein bisschen entgegenzuwirken. Wir schauen erstmal, was wir haben, beziehungsweise schauen wir nicht, ich hab tatsächlich schon Post bekommen von der guten Shairoon, die tatsächlich im Schweiße des Angesichts der Hitze-Voldoons, ne, so ein bisschen rumgefarmt hat, ihr wisst, es gibt Roll-Drops in jeder Zone, entsprechend bei den Bluttreuen solche Blutsauger-Mounts, bei den Sesrak in Voldoon haben wir eben diese Hyäen und die hat sie für mich auch gefarmt, mir direkt geschickt, mega geile Sache, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür, das war zum Beispiel mal ein Special-Special-Brief, ne, mega coole Sache, vielen, vielen Dank für dieses schöne Maun, muss ich direkt auspacken. Freunde, war direkt am, konnte ich gar nicht groß aufnehmen, ähm, beziehungsweise kommentieren oder so, musste ich natürlich direkt rausnehmen, bevor das arme Tier verhungert, naja, vielen, vielen Dank dafür, wir schauen mal, was wir heute am Stissel haben. So, Büchlein auf und wir sehen, das ist hier schon eine ganze Menge. Eldras, Hallöchen, Craft, grüß dich Craft, ich verfolge dich noch nicht allzu lang, muss aber sagen, dass ich deine Videos vor allem die Lore-Abteilung extrem feiere. Ja, macht einfach Laune, dir zuzusehen und bei deinem Deutsch-Rap-Kommentaren, die du ab und zu einstreust, könnt ihr mich jedes Mal wegschmeißen vor Lachen. Das freut mich sehr, zum einen, wenn ihr die Lore-Videos feiert, weil die kosten einfach am meisten Arbeit, ja, also vom Aufwand her ist das eben am größten. Zum anderen finde ich es immer schön, wenn jemand die Random-Einstreuung versteht, wunderbar. Anbei schicke ich dir eins meiner Lieblings-Pads, hab nur nie Bock, die Viecher auch zu leveln. Mach weiter, so DG-Gruß, Eldras. Eldras, vielen, vielen Dank für den Sandling, auch davon habe ich leider mittlerweile eine Menge, weil das mit letzte Maun, was mir fehlt, ist der gute Horidon. Dementsprechend waren wir vor BFA auch am Thronballern noch und nöcher, aber ich bin mir sicher, da das einer deiner Lieblinge ist, jawohl, können wir hier natürlich direkt mal gucken. Vielen, vielen Dank, das war doch mal jetzt ein krasses Gegenbeispiel von Brief, oder? Das war doch einfach nur wunderschön, vielen, vielen Dank. Rätsel. Wenn ein Baum umfällt, ohne dass jemand dies hört, macht er dann ein Geräusch, ja. Wird Gift giftiger, wenn es das Verfallsdatum überschreitet, heißt es der, die oder das gerade Kurve, was Kurve, ja. Wie viel Erde passt in ein 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter tiefen Locharme nah? Und die wichtigste Frage, da du Zappi-Boys Vater bist, wer ist die Mutter? Das ist wohl auf Erich, wer ist du Mutter? Das ist auf Erich ewig geheim, in jedem Fall ist es weder die deutsche Rechtschreibung noch die deutsche Grammatik. Okay, wir haben hier eine Menge, ähm, wie gesagt, ne, nice, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Achtung, Falle, ach, schon weg, ja, da hat er nicht mal das Buch mehr Bock, ne? Das ist ein sogenanntes Anti-Spam-Buch, Freunde, ne, das haben nur die Nachtgeborenen, muss man immer aufpassen. So, wir gucken mal, vielleicht hat die gute Katie Bock, die Post muss fließen, sagt sie, ne, auf jeden Fall. Falle, äh, wen magst du von denen hier am meisten, wenn du nicht antwortest, jeder jetzt als Antwort, was zum Fick, was zum Fick? Ja, Shirewn, Bulias und Spoonie, was, was, da, fuck, ha, 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 äh, Mervo Aura, der Masterplan. Ich hab's, ich weiß, wie wir die Allianz besiegen können, wie, wie, wie wir die Allianz besiegen können, wir bauen einfach einen riesigen Holzkuchen, in dem wir Murdochs verstecken, okay, und den schicken wir dann nach Sturmwind. Dort angekommen, sprengen sich die Murdochs mit solchen Fässern in die Luft und rufen dabei, hier bitte Zitate Anhänger eines deutschen Diktators aus Österreich einfügen und das letzte Wort durch Silvanas ersetzen, alles klar. Ja, wieso sprengt Silvanas nicht noch viel mehr der solche, da die Truppen der Allianz ja noch in der Nähe von Unterstadt sind, hätte man doch die Zeit dafür, oder? Und falls man sich nicht vorbereiten konnte, muss man doch damit rechnen, dass die Allianz angreifen wird, also Vorbereitung war, glaube ich, immer da von der Horde, nur bei der Allianz ein bisschen schleppen. Wenn man Tedrasir angreift, den Gedanken eines Angreifers hatte sie ja sofort nach dem Sieg gegen Sargeras, da hätte man sich doch absichern können, oder? Hoffe, meine Fragen nerven nicht. In dieser Form auf keinen Fall, auch wenn ich die jetzt gar nicht so ausführlich beantworten kann, weil so zwei Briefkasten despawned in diesem Moment, ähm, ich denke, Silvanas war einfach zufrieden mit dem Ergebnis, es ging ja auch mehr darum, der Allianz zu zeigen, dass sie, selbst wenn sie angreifen, nichts erobern können, dass die Horde des Silvanas der Untod am mächtigsten ist. Und zum einen muss sie ja auch erstmal schauen, dass wenn sie mit der Seuche weitergemacht hätte, was jeden Hordler, jeden Hordenanführer abfuckt, ja, wenn auf einmal seine Soldaten auch mit auferstehen, ähm, dass das sowieso der Einsatz in minimalem Maße immer schon abfuckend für alle ist, ja, also vielleicht da ein bisschen zurückhaltender gewesen im Endeffekt, oder einfach auch gar nicht die Mitte oder die Nötigkeit gesehen, das zu tun, ne, also der Schlag, der da kam von Silvanas, war, glaube ich, Ansage und Vernichtung genug. Hikasi war mir ein Angelegenheit. Schönen guten Tag, Herr Craft. Hier ist Hikasi, nicht Rusty, okay, ich wollte Ihnen danken, dass Sie das Volk aufgeklärt haben, dass mein kleiner Zappi-Boy nicht der Sohn Vol'jinns ist, Zappi-Boy gehört mir. Wer nochmal sagt, Zikan sei Vol'jinns Sohn, dem stecke ich meinen Fuß so tief hinten rein, dass er an meinen Zehennägeln kauen kann. Ausgezeichnet, ja, Hikasi, überraschenderweise der Sohn vom guten, äh, Hikasi, ne, der Vater, oh Gott, jetzt fange ich auch schon an, ne, der Vater vom Zappi-Boy, Hikasi. Was ist, wenn die alten Götter gar nicht böse sind? Das kann ich ganz einfach beantworten, das sind sie, denn das sind Auswüchse der Lehre. Leben unter Murlocs, Tag 1. Boah, Freunde, das schaffe ich doch alles gar nicht. Ich wollte passend zu BFA mich zur Hordenwehr melden, jedoch wurde ich an den Arsch der Heide geschickt, um Murlocs auszuspionieren und da bin ich jetzt also, ich wollte ja eigentlich nur sagen, alles klar, gut. Ja, Müll, alles klar, feinste, feinste Doppeldrop-Pets, vielen Dank für diesen schönen Müll. Pikator, Voidwatch, Starscraft, hatte vor, vor, gerade mal noch, was, Atras Aufstieg, ah, warte, okay, hatte vor, gerade noch Atras Aufstieg des Lichtkönigs gelesen. So, auch weil ich da schon die Veränderung und jetzt Ähnlichkeit zu Sylvanas rekapitulieren konnte. Im Prolog bekommt man ja die Zukunftsvision von Nersul mit, der hatte eine sehr gute Trefferquote zu dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Haben zwei bis drei Sachen, sind zwar noch nicht passiert, ähnlich bei Varimatras und im, äh, ja, nicht und im, sondern im Antorus Raid, ne, noch nicht passiert, aber einer der Texte passt schön auf den Krieg der Dornen und eine andere spricht über den Aufstieg der Unterwasserstadt. Hatte auch ganz leichtes, hatte ganz leichtes Nummer zwei. Flashback an die Kristallpost, an die Kristallpost, wenn der Illidan Malfurion den Schutz von Azeroth anvertraut. Ah, PS kann verstehen, dass man die Lehre nicht mag, dass die Old Gods ein Wesen gewesen sein können. Wenn man die Klaxi-Story auf ehrfurchtig durchhat, mein Kieruk, dass sie sieben Gesichter des Yasharas verehren und dass dessen Überreste immer noch Pandaria quälen. Ja, die sieben Shars, ne. Möge das ewige Licht euch scheinen und never forget, the Void is always watching you. Als wenn sie ein, was, als wenn sie nicht eh zu dir flüstert. Dankeschön, auch für dieses schöne Pet hier. Oh, Inshabiz sind Tage, Digga, vielen, vielen Dank. Für diese Hinweise hatte ich tatsächlich null auf dem Schirm mit Nersul und Co. Ähm, werde ich mir vielleicht in diesem Rahmen dann nochmal ansehen müssen. Aber ja, wir haben viele Aussagen, so richtig Nostradamus-mäßig, ne, in dieser Ecke. Wo man immer gucken muss, oh, 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 wird das vielleicht so langsam wahr? Denn tatsächlich, Blizzard schielt immer mehr auf die eigene Lore und darum können vergangene Ereignisse tatsächlich, ja, Einfluss auf die Zukunft haben oder diese Voraussagen. Traga, der Drogenorg gibt dir auch mal was, aber was, nicht alles auf einmal, sonst endest du wie ich. Ach, warte, das sollte eigentlich deine Zeit sein, was ist dein Ziel sein? Also hau alles auf einmal weg. Dazu gibt es Schinken, weil ich immer nach dem Suft Wurst direkt auf der Packung, aus der Packung genieße. Heftig, Digga, Dankeschön für diesen feinsten Honigschinken, klingt sehr, sehr gut. Ausgezeichnet, Traga, du hast aber, glaube ich, schon mal geschrieben oder sehe ich deinen Namen nur immer in der Gilde, ich weiß es gar nicht. Hat der gute Mann gar nicht, ich raste aus, Junge. Ich raste aus, hat der gar nicht, das scharfzähnige Jungtier, oder? Beste Leben, der Traga hier, am Stissel. Ja, schönes Mettbrot nach dem Suft, beste Leben. Aber Wurst direkt aus der Tube hätte ich fast gesagt, die auch noch nicht. Liebe Schuho-Gurka aka Acre, falls sich die Reiselust wieder packt, du in dein Display starten möchtest, sende ich dir zu Beginn deines Abenteuers einen Rucksack und einen Apfel. Denn ohne Apple, was, achso, ja, ne, denn one apple a day keeps the doctor away. Möge die Ehrenmutter über dich wachen, du idische Grüße. Alucasia, Dankeschön, danke, danke an Alucasia für diese wunderschöne Vorbereitung, boah, wir sind so im Raptor-Flow, oder? Ja, Alucasia, Beste, why not, Grüße gehen raus. So, das, noch zwei, ne, noch eine, um Gottes Willen, Freunde. Gartora, 20 Minuten vor BFA, T-Mog, vielleicht kannst du das Zeug gebrauchen. I-Q-Me, oh, I-Q-Me, Dankeschön, danke, danke, oh, da hab ich tatsächlich, ja, die Hose hab ich tatsächlich noch nicht, oder ist auch Stoff bei? Du, da muss ich ja nicht gucken, ne, das hau ich vielleicht einfach mal in die Gildenbank, aber nicht jetzt. I-Q-Me, Dankeschön, why not, ne, noch mal kurz ausmissen vor BFA. Ja, hallo, Herr Craft, ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut, da mein Sohn endlich schläft und ich Zeit im WoW habe und auch gleichzeitig daran denke, dir zu schreiben, bitte ich, dich, deine Seele, äh, deine Videos, deine Videos dazulassen. Bitte vergesse sie nicht, mit dem X markierten Stellen zu unterschreiben, danke, Seele verkauft, Pets eingesackt, Abonnenten, was klar, auf Gold kassiert. Hochachtungsvoll, rayo, et total, nicht, oxaron.de. Rayo, Dankeschön, ra, ja, das ist auch schwierig, ne, da hab ich mich bei Exitus am Anfang immer schon schwer getan. Was vergessen? Hatte vergessen, und zwar als Pet gerne einen Drachen, am besten einen mit schwarzen Schuppen, aber ein anderer Drache tut es auch. Ich danke für deine absolut saugeilen LP-Videos und Lore-Talks mit Barlow sowie PvP. Noch was? Ja, immer weiter und weiter, plus Ultra. Rayo, Dankeschön, ra, ey, yo, boah, ob ich mir das merken kann, Alter, wir müssen mal gucken, Drache oder Welpe, Proto-Drache, ich hab da solche Drachen, Gold hab ich hier, Nee, Alter, der, der ist, der ist fast schwarz, ne, der ist fast schwarz, Digga, ha, 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 der ist fast schwarz, Mann, so, rayo, so rum, ne, der ist schwarz unter den Flügeln, muss man sich mal geben. Heidi, Ihre Bestellung. Sehr geehrte Frau Schuhgurke, wir möchten Ihnen mitteilen, dass Ihre Bestellung bearbeitet wurde und Ihnen auch schon im Anhang beiliegt. Da Sie ja im Voraus bezahlt hatten, ich möchte Ihnen außerdem, möchte Sie außerdem darauf hinweisen, dass Sie uns jederzeit kontaktieren können, sollte etwas nicht hundertprozentig passen. MFG, Heidi Sachbearbeitung von glückbringende Textilien, Dalaran. Wow, da ist Liebe im Detail, ne, weiß wie Schnee, aber viel wärmer, großartig. Heidi, Dankeschön, ich freue mich ja, dass ich eins meiner Pets jetzt Heidi nennen darf, ha, 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 das finde ich ja großartig, ne, Faulatem, oh Gott, ne, so stellt man sich einen Designer vor, oder? Toll, Karl Lagerfeld ohne Brille und so, man kennt es. Woidi Doidi mal wieder, mit dem Logbuch, Freunde, ich nehme jetzt mal die Kopiebriefe, weil ich Angst habe, dass das gleich abschmiert. Tasche mit abgelegten Ruhesteinen, sehr gut. So, Woidi Doidi. Wir haben ein neues Schiff und einen neuen Recruiten. Sein Name ist Ferdis und er ist ein Ork, der im Gegensatz zu den anderen Orks aufrecht steht. Außerdem hat er einen Reißverschluss auf dem Rücken, okay. Ich sehe öfters eine Blutelfenpaladin, eine Blutelfenpaladin in seinen Gemächern auf ihn warten und diesen besagten Reißverschluss an einem komischen Kostüm. Sobald wir unsere Vorräte aufgefüllt haben, segeln wir auf eine Insel mit vielen Loas und versuchen die Macht von ihnen zu nutzen. Ja, was man halt so macht, ne, 1337, Digga. Ja, dankeschön für diesen schönen Update-Brief. Ja, und Gartora schreibt noch, Sonderangebot Ruhestein. Kennen Sie das nicht auch? Nur ein Ruhestein und der Rest ist so ein Müll wie ein Garnisonsruhestein oder ein Dalaran-Ruhestein. Lächerlich, abstoßend, widerlich. Deshalb gibt es jetzt einen Gratis-Ruhestein aufs Scheißhaus. Und noch was von Music Raid, KFC. Sehr gut, schade, das Inventar ist voll, ich kann die Flügel nicht nehmen. Gartora, dankeschön, danke, danke, für diese Tasche mit Ruhestein, mit abgelegten Ruhestein. Auf keinen Fall gestohlen, nein, niemals. Klingt nach Handelszeug vom guten Gauner, ne, unser guter Schorkenheini. So, meine Angst war unbegründet, Katie hat richtig Bock. Katie hat mega Bock, Katie denkt sich, boah, ich tag hier alles, Digga, überhaupt kein Problem. Insofern, ja, liebe Leute. Der gute Gartora, ich glaube, der gute Mann hat er auch noch nicht. Okay, ähm, oh, das ist jetzt, äh, erzählt das noch als Drache? Wolkenschlange ist eigentlich eher gay, ne? Wolkenschlange sind so ein bisschen die Opfer unter den Drachen, oder? Ich meine, das könnten auch Regenwürmer sein. Insofern, hier, schöne Grubenratte, oder? Ja, das ist der Lifestyle, Freunde, der gute Gartora, Freunde. Toll, ich fand, dieser Part war auch ein ganz tolles Beispiel für den Spagat, den ich am Anfang so ein bisschen ansprechen wollte, zwischen geisteskranken, sinnlosen, sich immer wiederholendem, gleichbleibendem Miss-Spam und kreativen, schön, witzigen, aufheiternden Sachen. Ne, und das fand ich großartig, um nochmal zu zeigen, wovon wir in nächster Zeit dann, oder wovon ich euch in nächster Zeit gerne mehr zeigen möchte und wovon weniger. Ne, deswegen, vielen, vielen Dank für eure Post. Ich hoffe, ich hab jetzt keinem mit dem Pet vergessen oder so. Ich war jetzt ein bisschen im Stress, weil ich dachte, die alte, die spawnen gleich, aber die hat einfach ultra Bock, ne? Richtig cool. Insofern, Freunde, vielen, vielen Dank wieder für eure Post, für eure Pets. Transmog und Co. sehe ich mir dann noch Offscreen hinterher an. Und, ja, das erstmal als letzter, etwas längerer Postpart. Den Rest schauen wir uns dann, äh, ja, im Folgenden an, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für eure Zuarbeit, für euer Mitmachen in diesem Let's Play. Und, ja, ist immer wieder ein Fest. Bis dahin, haut rein. Shows!